Musik Ein erster Anlaufpunkt, um zu erfahren, wo man in Lüneburg und in der Region seinen Schulabschluss nachholen kann, das ist die Bildungsberatung in Lüneburg. Die Bildungsberatung in Lüneburg wird finanziert vom Land Niedersachsen und steht jedem Mitbürger und jeder Mitbürgerin zur Verfügung, um Fragen rund um das Thema Bildungsbeantwortung. Es ist so, dass pro Anliegen drei Termine wahrgenommen werden können und so kann auch eine Prozessbegleitung stattfinden, wenn man sich am Anfang nicht ganz sicher ist, wohin es gehen soll und was man eigentlich mit diesem Schulabschluss erreichen möchte. Die Bildungsberatung ist kostenfrei, für jeden zugänglich und sie ist außerdem auch noch trägerunabhängig. Das ist ganz wichtig, also wir beraten nicht für einen bestimmten Träger, sondern wir schauen gemeinsam mit dem Ratsuchenden das komplette Angebot an und finden dann das Richtige für denjenigen oder diejenige heraus. Eine Möglichkeit in der Region Lüneburg seinen Schulabschluss nachzuholen, bietet die VHS-Region Lüneburg. Hier kann man sowohl seinen Hauptschulabschluss als auch seinen Realschulabschluss und das Abitur nachholen. Christina Kürbis, die Leiterin des Fachbereichs Schulabschlüsse, wird uns jetzt erzählen, wie es hier abläuft. Jedes Jahr nach den Sommerferien starten wir mit den neuen Schulkursen, Hauptschulkurse, Realschulkurse und das Abitur. Die Kosten für die Kurse betragen monatlich 205 Euro oder auch ermäßigt 128 Euro. Wir haben eine Sozialpädagogin, die sich um die Anmeldung und um die Beratungsgespräche kümmert. Und wir hören oft, dass es einfach Spaß macht, hier zur Schule zu gehen, dass das Klima eben anderes ist als an den Schulen. Ja, wie groß sind denn die Klasse? Wenn Sie jetzt sagen, es ist sehr locker, was hier an Unterricht abläuft. Haben Sie auch kleinere Klassen, als es normalerweise in der Schule der Fall ist oder ist das ähnlich? Genau, also wir starten in normalen Zeiten so mit ungefähr 20, 22 Teilnehmenden oder am Ende sind wir meistens so eine stabile Gruppe von ungefähr 15 Teilnehmenden. Wie sieht das aus im Bereich Finanzierung? Wenn jemand jetzt sagt, er kann diese Gebühren monatlich nicht aufbringen, liegt es da Möglichkeit, eine Unterstützung zu holen? Ja, das ist auch eine tolle Möglichkeit, die wir haben, ist der VHS Bildungsfonds. Zwei Kuratoren sammeln Spendengelder und die werden direkt ausgeschüttet an die Teilnehmenden, die diese Vorbereitungskurse besuchen möchten und die sich diese Kursgebühren nicht leisten könnten. Die würden also wirklich über das ganze Jahr gefördert werden, haben noch einen Eigenanteil, aber der Großteil wird übernommen vom Bildungsfonds. Es gibt da so ein bisschen Besonderheiten und Regeln, an die die Teilnehmenden sich halten müssen. Teilnahme regelmäßig, keine unentschuldigten Fehlzeiten, sowas. Und dann werden es die Teilnehmenden dafür geben, dass jemand auf dem ersten Bildungsweg seinen Schulabschluss nicht erreicht hat. Und viele finden sich dann hier in der VHS wieder. Es gibt hier extra eine sozialpädagogische Begleitung, die einem immer zur Seite steht, wenn es in irgendeiner Art und Weise Herausforderungen gibt, die einen vielleicht am Lernen hindern könnten. Es ist Dalia Gaschler, die das Ganze hier bei der VHS-Region Lüneburg macht. Und sie wird uns jetzt ein bisschen darüber erzählen, was für Menschen hier ihren Schulabschluss machen oder sich darauf vorbereiten. Das ist natürlich eine ganz große Bahnbreite, aber in der Regel ist es ja nicht ohne Grund, wenn ein Schüler oder ein Schülerinnen auf dem ersten Bildungsweg nicht erfolgreich mit Abschluss sozusagen geendet hat. Also erstaunlicherweise sind es wahnsinnig viele Teilnehmenden, die Mobbing-Erfahrung haben. Also dass wir Mobbing-Erfahrungen seit Kleinstkind-Alter sozusagen anformuliert sind. Und also ich mache ein Aufnahmegespräch mit den Leuten, die hierher kommen und dann wurde immer abgefragt, was hat schiefgelaufen auf dem ersten Bildungsweg, um eben auch diese Informationen zu bekommen, um eben auch ein Auge drauf haben zu können, das, was sich auf keinen Fall wiederholen darf, sollte oder wo es eine besondere Empfindsamkeit gibt. Dass die sagen, ja, ich bin da gar nicht mehr hingegangen, ich bin gar nicht mehr mitgekommen, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, was immer in der Regel zum Schwänzen oder zur Nichtteilnahme dann geführt hat. Und damit auch ein Ausschluss gewesen ist, weil es ja in den staatlichen Schulen auch eine Mindesteilnehmerzahl, also Anwesenheitszahlen hat. Was viele nicht wissen, es braucht keine vorherigen Abschlüsse, um einen entsprechenden Abschluss zu machen. Also übersetzt heißt das, ich kann mich hier für einen Realschulvorbereitungskurs anmelden, ohne einen Hauptschulabschluss zu haben. Ich kann mich hier für das Abitur, für das zentrale Abitur anmelden, ohne einen Haupt- oder einen Realschulabschluss zu haben. Vorstellen möchte ich jetzt Frau Martina Butzheinen-Janz. Sie besucht seit dem letzten Jahr den Vorbereitungskurs auf das Abitur an der VHS-Region Lindeburg. Frau Butzheinen-Janz, mögen Sie uns kurz darüber berichten, was Sie dazu animiert hat, jetzt Ihr Abitur nochmal nachzuholen? Ja, es ist halt einmal vorauszusagen, dass ich in der 12. Klasse damals meine Schule abgebrochen habe, aus diversen Gründen. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe zwei Kinder in der Zwischenzeit großgezogen, sind inzwischen 12 und 17. Und da es immer mein Wunsch gewesen ist, das Abitur auf jeden Fall nachzuholen, habe ich mich entschlossen, dass jetzt die Zeit richtig ist, das Ganze nochmal anzugehen. Und deswegen bin ich hier. Ja. Und was gibt es so für Unterschiede, wenn Sie sich so an Ihre Schulzeit erinnern, wie sie früher war, als Sie Ihr Abitur auf einem normalen Gymnasium versucht haben zu machen? Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem, wie ist die Klassengemeinschaft, wie ist es mit den Lehrern das Verhältnis? Also einerseits ist die Klassengruppe nicht ganz so zahlreich, wie es früher gewesen ist. Ich finde, die Lehrkräfte sind sehr bemüht, uns unter die Arme zu greifen, zu unterstützen. Unsere Klassengemeinschaft ist sehr gut. Ich sage mal, wir sind altersmäßig so grob zwischen 19 und ich bilde da die obere Grenze. Es sind einige dabei, die um die 30 sind. Also es ist wirklich breit gefächert und jeder ist wirklich bemüht, dem anderen zu helfen. Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn wir von Fragen sind. Es werden teilweise auch Nachhilfestunden unter uns absolviert. Wenn jemand sehr gut in Mathematik ist oder Französisch, dann treffen wir uns nach Schulschluss nochmal und sprechen darüber. Also wer Fragen hat, kann jederzeit sowohl die Lehrkräfte als auch die Mitschüler fragen. Eine weitere Möglichkeit, seinen Realschulabschluss nachzuholen, die bietet das Bildungs- und Tagungszentrum Ostteile. Neben mir sitzt jetzt Frau Zuter und Frau Zuter wird uns etwas erzählen darüber, was die Besonderheiten sind beim Realschulabschlusskurs. Hier gibt es diesen nämlich mit Internatsunternehmen. Ja, das stimmt. Das zeichnet uns wirklich gegenüber fast allen Anbietern in Deutschland aus. Das ist hier so ein bisschen mehr familiär, sage ich mal. Wie groß sind denn die Klassen, die hier in der Beschulung sind? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir leben jetzt noch, weil wir nur Einzelzimmer verdienen, maximal 15 Personen. Es ist eine ziemliche Luxusveranstaltung, sage ich mal. Ja. Das heißt also, dass man nicht unbedingt im August sofort einsteigen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass man noch später einsteigen kann? Ja, die Möglichkeit besteht. Das hängt so ein bisschen ab von den Vorkenntnissen. Also ich gucke mal so ein bisschen. Ja. Wie lange dauert der Kurs zunischerweise? Der Kurs dauert von Sommerferien bis Sommerferien. Wenn Sie sagen, dass Sie hier wohnen und auch hier verpflegt werden, wie sieht es dann mit den Kosten aus in den monatlichen? Im Monat zahlen die Teilnehmer im Moment 380 Euro. Das ist inklusive Unterkunft, Unterricht, Verpflegung, mütterlicher Betreuung. Und was sind das für Schüler und Schülerinnen, die zu Ihnen kommen, um den Abschluss nahe zu machen? Ist das so viel Altersstruktur? Also das Kurs zwischen 18 und 20. Gibt es besondere Fachausschützungen, die man erfüllen muss, um hier teilnehmen zu können an den Kurse? Eigentlich nicht. Laut Prüfungsverordnung braucht man nicht mal einen Hauptschulabschluss. Das empfehle ich aber trotzdem. Welche Fächer unterrichten Sie? Deutsche Mathe, Englisch, Geschichte, Politik, Erdkunde, Physik, Chemie und Video. Also das ist ja dann die ganze Bandpreise. Das ist die ganze Bandpreise. Das ist das, was prüfungsrelevant ist. Es ist dadurch, dass die Teilnehmer nicht wohnen können, häufig für die Familie eine gute Situation. Weil häufig diesen Entschluss dann, sowas zu machen, Konflikte vorausgehen zu Hause. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, Schulabschlüsse in der Region nachzuholen, das bilden die BWS ab. In den Wur gibt es drei BWS. Und die Damen von der Region des Lernens, Frau Kraft und Frau Blesse, werden uns jetzt vorstellen, wie die Schwerpunkte bei den einzelnen BWS sind. Ja, es ist so, bei der BWS 1 sind die kaufmännischen Berufe vertreten. Das sind alles Berufe, die mit Wirtschaft und Verwaltung zu tun haben. Bei der BWS 2, das ist die Georg-Sohn-Nin-Schule, da haben wir Gewerbe und Technik. Und bei der BWS 3 haben wir den Überbegriff Gesundheit und Soziales. Genau, das hört sich nach einer sehr, sehr großen Auswahl an. Ist es so, dass man auch alle Schulabschlüsse an den BWS nachholen kann? An den BWSen kann man, wenn man seine Sprachkenntnisse nicht hat, noch nicht erworben hat für Deutsch, kann man die B1 erwerben in der Sprachlernklasse. Alle anderen Abschlüsse sind an allen drei berufsbildenden Schulen zu bekommen. Zugangsvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen, wenn man einen Schulabschluss an der BWS nachholen möchte. Bei der Sprachlernklasse habe ich meinen Sprachabschluss. Da habe ich zunächst einmal gar keine Zugangsvoraussetzungen. Bei meinem Hauptschulabschluss habe ich auch keine Zugangsvoraussetzungen. Und die weiteren Abschlüsse bauen dann immer auf dem Hauptschulabschluss bzw. auf den Realschulabschluss auf. Also der Grundstein wäre erstmal der Hauptschulabschluss, den man aber bei uns erwerben kann. Wie sieht es aus mit Anmeldefristen? Wann muss ich mich für die Schuljahre anmelden bei Ihnen? Die Anmeldefristen sind 1. Februar und das geht online. Und da guckt man nach, was man machen möchte und dann kommt man automatisch zu den richtigen Schulen. Wie sieht das aus mit der Beratung? Muss man das für einen Termin vereinbaren? Oder wie komme ich dahin, diese Beratung in Anspruch nehmen zu können? Also ich würde dann einfach direkt, wenn ich den Wunsch habe, ich möchte mich dort anmelden, zum Sekretariat einer der Schulen gehen und dort nachfragen, wie die Fristen aussehen und wann eine Beratung stattfinden kann. Am besten man kann auch anrufen. Und das ist alles auf den Webseiten der Schulen zu sehen. Kommen auch die Schüler und Schülerinnen irgendwelche Kosten zu oder ist das Angebot der BBS im Ressentfall? Das ist grundsätzlich kostenfrei. Es gibt kleinere Schulen, man muss Bücher kaufen, solche Sachen, die aber auch im Bedarfsfall dann auch erstattet werden können. Also grundsätzlich kann man sagen, das Angebot ist kostenfrei. Wenn ich einen Schulabschluss nachholen möchte, steht mir dann auch die Möglichkeit offen, mit dem Schüler-Bafik zu bewerben, wenn man das bei Ihnen hier in der Schule macht? Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Sie uns gerade erläutert haben. Wir haben dann noch Herrn Isser da. Herr Isser ist gerade dabei, seinen Fachoberschulabschluss an der BBS zu machen. Er hat im Vorwege an der VHS seinen Realschulabschluss absolviert. Und mich würde jetzt interessieren, wer Ihnen eigentlich auf Ihrem Weg gut zur Seite gestanden hat und wo Sie Möglichkeiten hatten, nachzufragen. Ich habe mich da informiert, hier bei deinem Erwähnungs- und Integrationsbüro in Berlin, aber meistens, soweit ich am Anfang 2017 ein Praktum hier absolviert habe. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und dort hatte ich eigentlich das Hauptthema, eine Veranstaltung zu unterstützen, organisieren und alles. Und da ging es hauptsächlich um Schulwege hier in Deutschland. Und dort habe ich mich auch viel, also dort habe ich auch viel Informationen gesammelt. Und das Ziel, das Sie im Moment verfolgen, was ist das? Äh, also eigentlich, das ist mein zweiter Weg. Da hatte ich die Informationen, aha, was kann ich alles machen, um genau dasselbe zu machen. Und was ist das, was Sie gerne machen möchten, wenn Sie den Schulabschluss dann erreicht haben? Äh, BBS-Stütze. Ähm. Ähm. Es gibt ja zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten auch in der Region. Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben Sie kennengelernt und wie haben die Ihnen weiterbeholfen? Äh, BBS-Modellau hat mich sehr viel unterstützt, also Nachhilfe sozusagen. Also sehr gute Unterstützung bekommen, also vier Stunden pro Woche in der Nachhilfe, das war gut. Und das hat mich sehr viel geholfen. Ähm. Ähm. Und was würden Sie sagen, wo bekommt man am ehesten Unterstützung, wenn man Fragen hat, welchen Schulabschluss man am besten machen sollte oder welche Wege es da angeht? Ähm, ich würde sagen, äh, Agentur für Arbeit, da kann man sich informieren lassen. Man muss selber schon wissen, aha, was ist mein Ziel? Dann die vierte im Bunde ist Karin Kunze vom Bildungs- und Integrationsbüro hier im Landkreis Lübenburg. Frau Kunze, warum ist es so sinnvoll, einen Schulabschluss zu machen oder auch noch einen höheren Schulabschluss zu machen? Was sind so Ihre Erfahrungen aus Ihrem Arbeitsalltag? Ich denke, das ist ganz wichtig, weil die Unternehmen einen Schulabschluss, ähm, anerkennen als Berufsausbildungsreife. Wichtig ist, dass wir immer vor Augen haben, dass unser deutsches Schulsystem sehr durchlässig ist. Und, ähm, ich rate jedem dazu zu gucken, was möchte er eigentlich als ein Ziel für sich setzen, persönlich. Ja, der erste Abschluss, den man macht, ist wie ein Eingangstor. Der definiert vielleicht so die Bildungskarriere und auch nachher die Karriere selber. Je höher dieser Schulabschluss ist, desto höher kann ich auf dieser Leiter einsteigen. Aber letztlich ist es in einem Dokument, das das Migranten-Elternetzwerk mal entwickelt hat, sehr gut dargestellt wird. Wir sehen einen Parcours. Und, ähm, hier gibt es viele, viele Wege, die bis zu einem höchsten Bildungsabschluss, ähm, auch hinführen würden. Also zur Universität und zur Fachhochschule. Und es gibt viele Umwege, die man laufen kann, ähm, wenn man es nicht auf dem direkten Weg schafft. Und ich finde das sehr gut dargestellt hier vom Migranten-Elternetzwerk, wie vielfältig diese Wege in Deutschland sind. Ja, vielen Dank, Frau Künze. Das haben wir auch während unseres kleinen Films gesehen, dass diese, ähm, Bildungswege sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben sehr unterschiedliche Menschen gesehen, die einen Schulabschluss nachholen. Und ich denke, dass in der Region Lüneburg sehr, sehr viele Chancen existieren, sowas zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank.